Ich bin Social Media Web Content Assistant Manager Advice. Und du? MTB. Mountainbike? Mother2B. Dein Kind? Ah, kein Kind. Bist du nicht schon 34? Gut, ich bin ja eine Frau. Ja, sag nichts, du bist doch. Du bist schwanger! Komm raus, ich warte auf dich. Du wolltest doch deine Mami nicht die Karriere zerstören. Hallo? Der hat einen Babysitter bestellt. Papi, Papi! Normalerweise sehe ich Typen nicht mehr als einmal. Willst du mich doch nicht? Ja. Bald ist es zu spät. Ich will ein Kind. Wie viel zu Mühe. Wir machen jetzt ein Kind. Oder wir trennen uns. Kind hast du im Fall nicht alles. Ist dir das Projekt wirklich wichtiger als deine Familie? Kann ich nicht traurig und einsam sterben? Hey Schönheit, ich hätte so gerne ein Süssi auf dem Land. Mit Frau und Äpfelbaum. Und vielleicht ein Kind? Oder zwei. Ah, ja! Ah! Hast du wirklich gemeint? Ich meine den Scheiss ernst. Aber... Weil wir rapte Schachteln sind so desperate. YouTube auslöst. Du kebst mir jetzt deinen Saft, ich bin die Nächste, die ein Kindknext, ich bin die Nächste, die ein Kindknext, ich bin die Nächste, die ein Kindknext! So what you waiting for? What am I waiting for? So what you waiting for?